Ich wohne von Styleranking, live aus der Design-Attack-Area auf der Schuhmesse GDS in Düsseldorf. Ich spreche mit Ingo Joost vom Label Hummel. Herr Joost, wir kennen eigentlich Hummel eher aus dem Sport. Seit wann gibt es die denn als Streetwear-Label? Hummel ist ja schon 1923 gegründet worden in Hamburg, witzigerweise. Und seit den 70er Jahren in der Dänische Hand. Und sehr bekannt, natürlich in Deutschland auch als Handballmarke. Und wir haben hier seit dreieinhalb Jahren eigentlich so einen kompletten Relaunch der Marke vorgenommen mit Sports Fashion und Schuhen. Und das hat dazu geführt, dass wir diese Kollektionen weiterentwickelt haben mit vielen Farben. Beispielsweise die Stadion-Modelle, die bei Kunden bei Frontline, Girls, Sportcheck, Morning und so weiter ganz gut als Alternative auch wahrgenommen worden sind zu den großen Marken. Und haben das eben in den letzten anderthalb Jahren, auch gerade im Football-Bereich, nämlich gut weiterentwickeln können. Prima. Jetzt sagen Sie, das haben Sie schon gesagt, wo man die bekommen kann. Für uns wäre es natürlich spannend zu wissen, welches die Top-Seller sind, welche denn wirklich gut gekauft werden. Ja, Top-Seller sind tatsächlich hier, witzigerweise, die Farben der Stardeal in der Mid-Cut-Version. Die gibt es also auch in so gelben, gibt es in den Pflaumenfarbenen Tonen. Und das sind eigentlich die Artikel, die wir sehr gut verkaufen. Unsere Zielgruppe ist tatsächlich so ein bisschen reifer und trotzdem kaufen die ganz gerne Farben ein. Und dieser Schuh beispielsweise, diesen grünen, riecht nach Apfel, der gelbe nach Zitrone und der Pflaumenfarben nach Pflaume. Das bedeutet, es ist ein kleiner Gag am Hande, aber es sind ganz stabile Schuhe eigentlich. Eine guten, robuste Außensohle, Einlegesohle. Und die dänischen Kollektionen stehen ja immer für Innovation, für Farbe, für Trend. Und sicherlich ist das so ein Trend, den wir hier auf der Messe beschädigt bekommen haben. Ja, wir wüssten gerne, welche weiteren Trends Sie hier präsentieren und was im kommenden Jahr kommt bei Ihnen. Ja, das sind vor allem die schmalen Silhouetten. Haben also hier den Stardeal in einer schmalen Version angeboten. Sehr positiv aufgenommen worden. Auch mit verschiedenen Materialvarianten. Sowohl in Leder, als auch eben hier mit einer Canvas-Version. Und auch, wie Sie sehen, immer sehr farbenfroh und trotzdem kommerziell gute Preisbote. Dann wünschen wir Ihnen weiter viel Erfolg auf der Messe. Danke sehr, vielen Dank. Und viel Spaß. Danke, ciao. Tschüss.